um und in einem wie so oft jetzt kommt es wenn ihr warum sie diese Strecke aufgaben ich will nicht mehr das war einfach ich will aber nicht mehr die tut uns immer wieder weh und damit herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von ich will gerade sagen Beid aber da 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 hinspringen der Trick von dir da hinspringen aber ach ja stimmt ja das war ja was warte nein ooooh oh Gott das war jetzt schlecht von mir ja gerade wo ich mein Vater eingesetzt habe ja willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge vom Portal jetzt zum fünften Teil schon m kannst du da eigentlich rein? da dieses Glas Ding ne wie noch also ich wüsste genau auch nicht wie da haben wir noch zu unserem kleinen Speed One Ding nein hab ich dich geschubst oder was war jetzt los? ich hab äh ja also hust 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 Speed One huzt hust 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 also wir beide haben gedacht wir wissen eigentlich was wir machen aber anscheinend auch nicht doch mein Spiel hat einfach gedacht name ich bin ins Wasser gefallen da oben ja und das war es jetzt man hat im Hintergrund bei zwei Milchhauts die jetzt einfach keine Lust mehr auf ihn hat deswegen abhaut und wir kommen jetzt zum Level was ich ich kenne die Level gerade überhaupt nicht mehr ich schon aber auch nicht mehr so richtig ach genau ich flieg ja jetzt hier hoch genau so war es ja jetzt hab ich es kaputt gemacht du musst hinsetzen wenn ich hier bin ne das mussten wir zusammen machen ja stimmt wir beide zusammen ja weil sonst kommen wir da nicht hoch warte spring mir drauf spring mir drauf bin da aber wir springen unregelmäßig was war das jetzt so was war das jetzt so wird er war nicht dass wir hoffentlich noch mal ich glaube so ist es in Ordnung wenn wenn du es aus fliegst da kannst du nämlich ich hab's kaputt gemacht aber soll ich mal probieren das brutalste ja mach mal wow ich flieg einfach daneben hä wie soll das gehen ich bleib unten warte wow Mist falsches Portal das ist schwer ach warte mal wir müssen doch eigentlich nur zur Seite springen genau hä hä ey du fust mich halt runter naja warum auch nicht so hä hä oh Gott hier war auch noch ein Würfel irgendwo hä ok ich sage es war nicht grad einfach da ist irgendwas das Ding da warte das aktiviert man ach stimmt da war ja dieser ach hier drüben muss man hin ja genau ach so ja warte mal du musstest glaube ich jetzt davon irgendwie runterlaufen war es doch so genau du konntest nämlich hier nicht runtergehen ach wie ging das denn gleich ich glaube da drüben du kannst das rote könntest du auch da hinpacken ja ich probier gerade ah ne da fliegst du runter dann fliegst du runter nein das springt leider nicht so weit warte ich muss ja du musstest du genau äh so warte dann springt man genau so war das genau so war das ich musste mich da drüben hin und dann nochmal hier hinsetzen ach stimmt also nochmal runter also musst du ihn setzen dort wo ich gerade springe aber im richtigen Zeitpunkt und zwar jetzt 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 what the fuck ganz nicht ganz ja stopp halleluja da kommt der ball genau und ich muss den jetzt hoch bringen zu dir äh das haben wir ja mit sprung geschafft mit springen ich hab jetzt Angst wenn ich runtergehe ich glaub das haben wir ja so hinbekommen hier gehabt du musst e drücken und dann also springen e drücken und dann hoch also springen und dann e und dann mit der maus so hoch gucken warte mal warte mal warte mal also so krieg ich das schon mal nicht hin bist du da überhaupt hochgekommen warte ich komm auch nochmal runter geh du mal hoch ja wie bist du hochgekommen wie wie bin ich hochgekommen wie bist du da hoch mach mal wo ist die Mitte hier oder ja ok so warte mal jetzt muss ich jetzt muss ich warte warte es gibt da so ein special kack trick wie ging da nein warte ist der ball oder war das zu hoch ich weiß gar nicht mehr wir mussten den einfach nur mitnehmen glaube ich ja du denkst dran dass dabei ja dort oben kaputt geht eigentlich ja ja dann muss man das ja stimmt lol wie habe ich das jetzt auch keine ahme irgendwie haben wir es geschafft man hat zwar ihn auf dem müde sehen aber ich bin mir auch nicht sicher dass da irgendwas war ich gebe euch einen tipp es ist die eine sache die ihr nicht könnt weinen ich hoffe diese alten test könnten mir wieder ein wenig freude bereiten doch selbst euer angestrengtes versagen beglückt mich nicht ähm wir müssen hoch wir müssen hoch ja ah ne wir mussten außenrum wir mussten außenrum ja aber ich überleg grad wie also ein portal musste ich hierhin machen genau so jetzt gehen wir hier zurück ach stimmt ja ich bin runtergeflogen wegen dir komm runter und was einfach viel zu fett weißt du musst richtig aufpassen dass wir jetzt muss da drüben hin machen da auf die weise dann wird zurück jetzt musst du nämlich das portal machen das gehe ich durch und ja das war es glaube ich so und so genau nein das war es falsch total ähm nochmal von ach ne nochmal von vorne wir sind ja hier ich glaube das ist hoch genug ja das ist locker hoch genug ausgang hallo sehr gut gemacht ihr habt nur zwei mal in diesem test versagt das hat bei mir mega gelangt du hast ja ihr habt grad und wenn wir zu zwei mal hätte er so gut und schütteln die uns ist und die lassen hier Pflanzen wachsen und ja im Hintergrund werden Graz äh Tiere massakriert bei Beid, also also nichts, nicht verwundern da bohrt, da wird gebohrt ach genau jetzt mussten wir jetzt äh, ah wie waren das genau warte was äh, so ähm, und wo jetzt... jetzt müsstest du es da hochwerfen ja ich hab's hier hoch mhm bist du sieben, aber ganz sicher ja, da ist dieses Ding ich guck grad, ob wir nicht vielleicht noch anders rüberkommen mhm, mhm, würden wir... ich fff, mhm... ich... ich... ich wollte grad sagen, wir nehmen mal kurz das Ding und du lässt es einfach pulverisieren ich blick grad überhaupt nicht mehr ja, der gibt ja, der gibt den Ball her so jetzt nimmst du den mal kurz geh mal durch, geh mal raus da hoch muss er ähm... Mist, das geht nie ähm... warte, ich versuch's auch mal sauber warte, ich hab irgendwo ne andere Idee, warte bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da ich hab ne ganz... ich hab ne ganz andere Idee ich hab das aber so... ich hab das so letztes mal gemacht, das weiß ich sogar noch ja, aber ich hab noch ne einfache komm mal kurz her komm mal auf die Plattform ähm... mein rotes Setup drüben äh... ich hab mal kurz den Ball jetzt sitzt du hier im Portal und da oben da brauchen wir uns doch nicht mit dem Hochwerfen rumschlagen so es war nicht so, wie wir es letztes mal gemacht haben, aber es ist ne Lösung das Level kann hier oben ach ja so ja und dann ne halt, halt, halt nicht so zuerst so, ja ach so hä so 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 und jetzt so drüben dein Portal einsetzen und dann dort o... und oben und da oben und so das das hä ne das war nicht ganz richtig es muss weiter hinter oh ja soll sagen erinnert mich an wundervolle Dinge ich glaub ich was von dir machen ja 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 lalala das da aber wir mussten weiter hoch wir mussten weiter hoch warte eigentlich kannst du ja auch jetzt hier rüber kommen jetzt kannst du das gelbe genau und jetzt können wir gelb da weiter oben setzen jetzt können wir gemeinsam rüberlaufen wir haben das auch wieder anders ja aber so ist es viel einfacher irgendwie ich möchte mit batterie säufe hallo schmerzen 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 Vielen Dank.